Wir fahren in den Ort, wo wir acht Geschwister geboren wurden und unsere Kindheit verbracht haben. Sechs Brüder zu haben ist doch was Besonderes. Und Mutti hat auch immer gesagt, es war leichter, sechs Söhne zu haben und zwei Töchter als umgekehrt. Geschwisterliebe ist einfach, wir können uns nicht vorstellen, ohne uns auszukommen. Also Anita musste zu jedem tanzen und dann machte sie sich schön und Anita kam nicht, Anita erschien. Als meine Schwester verlauten ließ, dass sie ins Kloster gehen wollte, dann habe ich nur gedacht, passt zu ihr, die guckt doch keinen Mann an. Der Gedanke, wenn einer stirbt, dann habe ich schon manchmal so, oh Gott, ja, wie wird das sein, wer ist der Erste? Und wenn der Älteste fast 90 ist, muss man natürlich mit dem Gedanken automatisch spielen. Wir drängen den Tod immer noch zur Seite. Wir drängen den Tod immer noch zur Seite. Wir drängen den Tod immer. Vielen Dank.